Ja, ich muss kurz mein Bild irgendwie schwarz machen. So. Mal gucken, wann's gleich losgeht. So, ich muss dich aber einladen. Nee. Doch. Okay. Dann lad mich mal ein. Hab ich? Hast du's bekommen? Ja, hab ich. Ja, ja. Was? Oh Gott, jetzt mach ich doch. Einfach annehmen! Hab ich... Oh mein Gott. Sonja! Das Spiel hat doch nicht mehr losgegangen, du darfst doch nicht retarded sein! Sonja! Ja. Du regst mich auf. Jetzt komm in das Scheißspiel rein! Ja, das ist sehr gut! Ich bin fast stolz auf dich! Es ging doch nicht mal los! Oh mein Gott, du übersteuerst! Oh mein Gott, du übersteuerst! Michael! Alter Sonja! Warum? Warum? Achso, wegen... Warte! Warte mal! Warte mal! Können wir hier nochmal zurück? Warte! Ich bin rausgegangen nochmal und tu jetzt erstmal hier. Ich dachte gerade... What the fuck? Gut. Äh... Wir machen Sprachlautstärke und Mikrofon. Warte mal. Einstellungen. Danke. Sag mal was? Okay, ich hör dich nicht doppelt. Okay. Ich hör dich nicht doppelt. Achso, hatte ich jetzt die Musik ausgemacht? Oh. Kann ich das im Spiel nochmal einstellen? Hoffentlich. Hörst du mich? Bist du bereit? Ja. Ich will dich nicht hören. Bist du bereit? Ja, müssen wir hier noch irgendwas einstellen. Nee. Auf bereit klicken. Nein. Warte. 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 Nein, ich... Michael. Sonja. Michael. Oh, jetzt wird schon ein Checkpoint geladen. Mensch. Super. Ich muss mal gleich gucken, ob ich wieder einen Ton anstellen kann. Nein. Doch. Aber jetzt kommt das still. Oh. Oh. Apfel. Siehste? Ich höre nichts. Oh, wenn da wieder so ein Kack-Scheiß-Ding ist. Nee, ich raste aus. Aber diesmal konnten wir ja nicht auswählen, oder? Ähm. Also ich hab Ton. Schön für dich. Ich muss jetzt gleich einstellen. Oh, das ist ehrlich nicht. Ja, ich bin in irgendeiner Kajüte. Und ich hab Füße. Ich hab auch Füße und bin auch in ner Kajüte. Warte mal. Das tut mir leid. Jetzt. Warte mal. Einstellungen. Ich muss die Maus... Sensitivität. Audio. So, ich mach mal auf fünf. Oder vier. So. Äh. Kann man hier die Sensitivität nicht runterstellen? Welche Sensitivität? Mausempfindlichkeit. Bei Einstellungen, Doktor? Danke. Geh aufs Spiel, Michael. Boah, das ist mir... Warte, das ist mir zu langsam. Mausempfindlichkeit. Ja, ja, ich... Ich stelle mal auf sieben oder so mal gucken. Alter, ich musste runterstellen. So ist okay. Boah, okay. Nee, das ist... Vielleicht zu schnell, ich weiß nicht. Nee, egal. Oh, was hab ich gedrückt? Ich... V musst du drücken. Hallo, hallo? Ja. Wollen wir dann Discord vernichten und dann erstmal einstellen. Äh, Audio. Jetzt, hörst du mich jetzt? Ja, zu leise. Ach, wirklich? Mach lauter. Im Wälder. Im Wälder steht er im Wälder ganz still und stumm. Alles klar. Okay, das sollte, glaube ich, passen. Ich weiß es nicht. Okay, hab verstanden. Okay, hab verstanden. Also ich bin in einem Raum. So. Achso, jetzt muss ich... Ich muss immer dran denken, jetzt zu drücken, wenn ich mit der Kutsche. Du kannst ja auch Pedale kaufen. Du kannst ja auch Pedale kaufen und dann einfach das auf die Pedale beinden. Was? Es kann anscheinend nur einer reden. Das weiß ich doch. Over. So, ich bin jetzt aus meiner Kajüte raus. Du bist scheiße. Du bist blöd. In diese Ecke habe ich vorhin geschissen. Du siehst auch, dass da unten irgendwas steht. Beta 411 und so? Ja, das ist korrekt. Das habe ich gerade gesehen. Störgeräusche. Hier bei mir ist dieses Gerät, ne? Ich komme gleich. Ich muss mich erstmal umgucken. Da, wo ich stehe, ja nicht... Ja, ich guck mal, hier kannst du was nehmen. Kann man springen? Ja. Jetzt hast du es genommen, ja? Und ich wette... Das ist jetzt mein Eigentum, ja? Ja. Ja, und ich wette... Vielleicht war das falsch. Vielleicht. Vielleicht hätte ich es ja nehmen müssen. Guck mal, hier ist eine Tür noch. Kannst du das damit öffnen vielleicht? Ich habe zwei verschiedene, ja. Jetzt beim Dreieck habe ich. Achso. Achso. Die haben ja beide kein Dreieck. Geh mal hier hin. Hörst du das nicht, bist du eigentlich wahnsinnig? Hier. Ah, hier. Ah. Hier kann man auf jeden Fall irgendwas drücken. Also ich habe einen so einen Teil in die Tür bekommen. Kann man noch rennen? Ah ja, mit Shift. Ah ja, tatsache man muss gedrückt halten. Hast du da jetzt irgendwas rumgedrückt? Nein. Warum kann ich noch rein geben? Grüß Gott! Was ist denn hier los? Ja, wir können da rumdrücken, aber was es bringt, keine Ahnung. irgendwas machen was hast du gesagt ob sich da was bewegt ich habe nichts gesehen das verwundert mich nicht ich habe die tür aufgemacht was nicht so habe ich jetzt hat kommen wurde so angemacht hier war noch eins ich habe jetzt drei so ventil dinge weißt du so zum drehen siehst du was ich in der hand habe das mikrofon in der hand ja die andere hand hast du nicht also ich habe so hier so wie in der tür dem wo ich rein gesteckt habe so was davon habe ich drei stück okay hier sind auch drei dinge man ziehen kann abgucken da sind zahlen das sind bestimmt die zahlen die hier durchgegeben werden vier beta 4 also was heißt denn das man kann in den hier einsteigen ich wette wir müssen hier erstmal gucken wie wir rauskommen und jetzt los 4 11 steht da helft uns ok 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 także ok ok mal und ihr nochmal wie so ist hier vorne irgendwas ja ich gucke mich um ja ich habe ja noch einen der reingepasst hier kann ich was nehmen hier ist auch ein rad da ging es nach unten ich hab mal ich habe hier jetzt auch ein eingefrorenes so hörst du mich mich ja ich bin bin unten ich bin in die leite nach unten ich bin jetzt unten alles klar ich habe hier oben ein eingefrorenes rad auch gefunden ok also bei mir was ich hier unten sehe ich habe ein paar schalter da steht m4 b8 eine sekunde a2 steht drauf und ich habe hier einen ofen und irgendwie das ist das das stand ja doch bei dem ding b8 b4 oder beta 4 vielleicht musst du da was einstellen bei mir steht jetzt irgendwas mit a2 und ich habe fünf minuten zeit und a2 ist genau hinter mir aber wenn ich den schalter zieht passiert nichts wie du hast fünf minuten zeit auf gott keine ahnung steht hier a2 fünf minuten ich glaube mal zudem links entlang zu dem ja warte komm mal runter ich habe gar zurück ich bin auf dem weg a2 n4 hier ist grün bist du hier ja die achtes rot ja also hier steht halt bei den a2 gedrückt also gedrückt mal drauf und halt er gedrückt jetzt steht da in vier noch nicht umdrehen so bleiben ich drücke in 4 und jetzt drehe ich mal ganz schön was steht da hier steht a2 drei minuten haben wir dafür zu drücken ich drücke a2 ich halte jetzt steht er in 4 mm oder in warte m und n ich habe gerade losgelassen nochmal ich halte n4 gedrückt ich drücke jetzt wieder a2 er steht jetzt hier a2 jetzt ist irgendwas passiert ich habe keine jetzt steht in vier versteht m4 steht da ich habe jetzt hier nochmal gedrückt a2 ich habe a2 nochmal gedrückt aber steht da jetzt v8 wer dann geht zu v8 und drückt denn das ist der hier drücke ich muss doch halten bei mir bei mir m4 ja aber geht doch wieder zurück oder ich habe mich nicht nicht ich habe mich nicht ich muss darf das nicht los ich muss darf das nicht los ich muss darf das nicht los hier halt ihn hoch jetzt musst du m4 drücken ja und jetzt lasse los er ist wieder zurück jetzt steht der v8 ja vielleicht musst du das halten und ich dann und ich dann empfehlen da jetzt jetzt steht m4 gm 4 drückt es hätte von vornherein machen können du nase jetzt wird steht der m4 drücke 4 grün keine ahnung machen wir mal da ändert sich nicht warte mal soll ich noch halten lass los noch 27 sekunden ja ich guck gerade wo noch einer sein könnte hier macht noch mal ist gedrückt jetzt steht da 88 jetzt steht m4 wieder ja warte dann 88 besuch mal 88 oder b8 steht hier bei mir und ich drücke m4 ok kann auch hat funktioniert und schön oder auch nicht weil die zeit gelaufen ist jetzt haben wir wieder ja dann jetzt von vorne ok a2 ist gleich hier das los ach so jetzt wieder a2 ja warte drück a2 ja ich check das nicht warum tut das nicht aktivieren jetzt steht da in vier und ich habe das ist m4 warte mein fehler ok ich drücke jetzt jetzt ja ich hab's ich hab's so jetzt in vier ok warte dann guck was als nächstes steht und geh da hin und drückst ja ist gedrückt mach noch mal ist gedrückt sicher dass es v8 ist guck ich guck noch mal ja v8 steht aber immer noch in vier jetzt habe ich v8 jetzt wieder in vier ja in vier ist jetzt grün blau aber wenn du v8 drückst dann müsste eigentlich was passieren ich check das nicht ja ich habe gedrückt aber oder musst du jetzt hingehen und gucken was das nächste ist warte drück du mal als erstes deins jetzt lass los ja da drücken da wo du gerade standst v8 ist gedrückt ja ich schicke ich nicht keine ahnung komm mal her komm du mal hierher ent vier jetzt sagt man nicht drücken soll jetzt jetzt leuchtet es blau ja warte v8 das funktioniert nicht wo war man das funktioniert ansonsten halt mal einfach jetzt jetzt hat es funktioniert ja ich habe mich extra gefragt guck wo das v8 ist ich hab das v8 gedrückt gehabt michael und v8 hier das habe ich gedrückt hier hier ist auch eins so jetzt drückt v8 und zwar das grüne ja ist gedrückt tschuldigung das blaue guck mal was du als nächstes machen muss m4 glaube ich ja funktioniert okay er hat funktioniert jetzt m4 da wo du stehst noch mal nochmal ja und dann das zweite m4 wochen stunden wo ist denn m ich bin bei m4 einmal hier ja ich bin bei m muss nur ein zweites sein bb kannst loslassen ich bin bei m hat das ich bin bei m4 ich bin bei m4 ich bin bei m4 ja ist gedrückt das noch mal los jetzt es läuft bei mir 88 b8 ist es wahrscheinlich das müsste hier bei mir um die ecke sein was ja dieses b8 hier ich habe schon gedrückt aber du hast ja nicht geguckt jetzt können wir es noch mal machen was soll ich den gucken an dem teil was als nächstes dran gewesen wäre ok noch mal hier wie ging das hier also a2 halt als zwei gedrückt ist gemacht hier hier oben ist m4 ja es ist das und dann v8 hat geklappt das v8 m4 m4 jetzt ja hat funktioniert genau und jetzt m4 das gleiche oder das andere das hier und wo war das zweite irgendwo dahinten hast du gesagt da beim eingang alles klar herz jetzt funktioniert ja hinten das m4 wieder warte ich gehen ok ist drin was jetzt jetzt dieser b8 hat sie klappt ja und jetzt b8 ich will hier war glaube ich noch ein b8 ja drück mal drück mal drück mal der aber das ist es nicht dann ist es das an der tür da ja das ist es und jetzt das andere b8 hat funktioniert ja und jetzt v8 hast du gerade gemacht ja hier hier gedrückt halt noch mal das hier b8 und jetzt v8 schnell v8 ist gleich um die ecke v8 noch mal drücken das ist das falsche hier oder wenn es rot leuchtet hatte nicht dieses entführt wir müssen das entführt hier oben alt gedrückt ich habe keine ahnung was es jetzt gemacht hat wir haben irgendwas aktiviert nein doch spiel durchgespielt und alle andere nicht befreit 20 minuten an dem ersten rätsel gehangen sonja ich glaube mein charakter ist betrunken wir demonstrierten das ist das das ist das ich glaube ich glaube